Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Minigames. Heute spielen wir Turbo Kart Racers. Habt ihr bestimmt schon irgendwo gesehen, es ist einfach Mario Kart in Minecraft. So, und die haben so ein extra Texture Pack und es ist einfach genial gemacht. Das ist auf dem Server Hypixel. Oh shit, oh shit! Ich seh nix, nein, nein, nein. Also auf jeden Fall, ich glaub das sind Pferde, was man da reitet. Ja genau, das sind Pferde. In dem Sprungverhalten. Ich weiß gar nicht, was für ein Item hab ich denn bekommen? Oder hab ich gar keins bekommen? Ich hab noch keinen Plan, wie dieser Spielmodus überhaupt funktioniert. Und ich... Ey, kann ich auch rückwärts fahren, bitte? Ach nein, ich bin so schlecht da drin. Komm bitte, ich will jetzt mal so ein Kistchen bekommen. Was hab ich denn bekommen jetzt? Was bekomm ich? Was ist das? Golden Mushroom. Ah, ich glaub das ist so ein Endlos-Booster, oder? Ja genau, das ist dieser Boost. Oh shit. Oh, das ist so schwer zu steuern, weil die Pferde sind halt einfach sehr träge, muss man schon sagen. Und ich flieg einfach nie durch die Kästchen durch. Ist das nur eine Runde? Ne, zwei Runden. Äh, was bekomm ich jetzt? Das ist einfach genial gemacht. Der Spielmodus Booster Mushroom. Das ist der Booster-Pilz sozusagen. Zack. Man kann ja auch springen, da denke ich nicht dran. Ah, ich hab noch einen. Kann man... Gibt's da auch diese roten Panzerteile? Wo man so... Äh, was ist... Oh nein, was ist das jetzt? Ah, ich glaub ich hab jetzt ne Rakete, oder? Ne, hä? You shoot... Ach, das war... Das war jetzt diese rote, äh... Red Missile heißt sie in diesem Game. Ich bin schon mal Sechster. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ui. Immer schön in der Innenkurve bleiben. Und ich weiß auch nicht, was man mit diesen Coins machen kann. Aber der Ton ist einfach genial. Was sie hier gemacht haben, das ist echt cool gemacht. Einfach die Idee. Okay, die Idee ist jetzt noch nicht mal das Beste da dran, aber... Allein das umzusetzen, so mit Texture Pack und allem, ist einfach ne richtig coole Idee. Und die haben's auch hinbekommen. Was hab ich jetzt bekommen? Irgendein Schild, oder? Ja, ist das? Das heißt nix. Okay, gut. Plasma Shield. Ach, ne, das ist, äh... Wie wenn man in Mario Kart so gold wird. So. Reach to finish. Okay, muss ich jetzt noch schnell ins Ziel kommen? Booster Mushroom. Komm, spring. Ich könnte's noch schaffen. Ich bin wirklich kurz vorm Ziel. Und ich bin Sechster Fahrer in Zielein. Nice. Richtig cooles Game auf jeden Fall. Macht auch mega Spaß. Und ich hoffe, dass wir dann auch in der zweiten Runde was reißen können, noch ein bisschen. Und dann würde ich sogar sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Und ich hab jetzt grad gemerkt, dass man bei 5 Modus viel besser fahren kann. Und ich würde dann sagen, wir haben, ah, doch jetzt haben wir die Wagen endlich bekommen. Ich dachte grad schon, wir hätten keine Wagen. Gut, wir haben jetzt kein Item bekommen. Ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber hier könnten wir jetzt ein Item bekommen. Nice, wir haben ein Item bekommen. Wir sind aber leider durch eine Banane durchgefahren. Wenn ich das richtig gesehen habe. Was hab ich jetzt bekommen? Fire Flower. Hä, ich hab keinen Plan, was die hier macht. Also, ich kenn die ganzen Items, aber noch nicht. Wie sich das rausgefunden. Oh nein. Wie man einfach gegen die Wand fahren kann. Also, die Steuerung ist auf jeden Fall schwerer. Allein dieser Spielmodus überhaupt in Minecraft zu machen, das ist einfach genial. So, komm. Ich bin jetzt 10. Blue Torpedo. Letzt trifft da der Erste, oder? Ja gut, das ist dieser blaue Panzer, würde ich mal sagen. Aber warum ist er jetzt wieder? Im, im, dem Modus. Ich wollte F5 Modus spielen. Nein. Wir haben im Wechsel in den F5 Modus, hab ich jetzt auch so gesehen. Ja, komm, go, go, go. Nein. Ah, jetzt falle ich hier voll Gegenteil. Jetzt hab ich jetzt so grüne Teile. Green Missile. Nice, wir haben ihn getroffen, glaub ich. Ja, ja, ich glaub, wir haben ihn getroffen. Nein. Okay, die geht also anscheinend nicht nach unten. Und irgendwie buggt's noch ein bisschen. Pick up two coins. Ich hab kein Item bekommen. So, komm, ein Item bekomm ich. Nice. Und was bekomm ich? Booster Marshmallow. Nice. Das heißt... Nein, komm. Ah, es war zu spät. Ich hab hier jetzt fast noch das Item bekommen. Ich bin Fünfter, Leute. Wie schnell, was ich hier vorarbeiten kann. Und natürlich kein Item bekommen. Zack. So, ich wollte jetzt hier lang. Wir müssen, glaub ich, hier ein... Ja. Booster Mushroom. Wir sind zwar durch die Banane gefahren, aber irgendwie hat's nicht ausgelöst. Jetzt haben wir auch ein... Was haben wir jetzt? Red Missile. Ah, nice. Ich hab ihn bekommen. Ich muss erstmal den ganzen Chat hier durchlesen, bis ich merke, dass der... Dass ich den bekommen hab. Zack. Und... Nein. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich hab auf der Brücke gebackt irgendwie. Und konnte keine Booster mehr einsetzen. Nice, nice. Oh, nein. Wie man überall... Oh, wie träge das ist. Das nervt. Und dann... Warum wechselt der einfach in... In den F5-Modus? In den... Oh, nein. Ich bin... Oh, nein. Ich bin nicht so weit hinten. Ach, das kann doch nicht sein. Ach, Alter. Was ist denn hier los? Warum wechselt der die ganze Zeit? Das irritiert mich voll. Und ich merk's im ersten Moment einfach nicht. Dass sich der Modus gewechselt hat. Oh. Das Modus wechseln ist aber echt... Mies. Ist voll unfair. Oh, wie das leckt grad. Meine Fresse leckt das grad. Jetzt sind wir aber wieder neunter. Wir waren grad fünfter. So. Jetzt bekommt ihr erst mal ein bisschen in die Fresse. Ja, gut. Ich hab... Eigentlich gratis. Das Item eingesammelt. Ah, es gibt drei. Okay, gut. Progress 4%. Man kommt aber nicht auf diese Blöcke da drauf. Ich... Ich komm einfach nicht klar mit dieser Steuerung. Die ist so schlimm. Aber die Pferde sind halt einfach auch... Pferde sind halt einfach nur behindert. Ach, ich glaub... Jetzt bin ich wieder im Ego-Modus. Das kann doch nicht sein. Was macht der Server hier mit mir? Der traut mich die ganze Zeit nur. Ich werde die ganze Zeit in F1... Äh, F5-Modus runtergesetzt. Das ist voll mies. Das ist voll mies. Ich bin 8er. Schon wieder! Ach, es kann doch nicht sein. Was ist denn da los? Die ganze Zeit wechselt er meinen Sicht-Modus. Das ist voll unfair. Hashtag und delete. Fireflow? Was ist das? Warum starte ich jetzt so komisch? Ich hab keinen Plan, was diese Sachen hier machen. So. Ah, nein. Komm, jetzt mach. Ich bin immer noch 8er. Dezent bin ich die ganze Zeit 8er. Und irgendwie... Also, wenn wir da noch was machen könnten, wäre es natürlich geil. So. Okay, ich bin jetzt unbesiegbar für ein paar Sekunden. Und hab auch, glaub ich, einen kleinen Boost bekommen dadurch. 30 Sekunden. Nein! Was war das denn? Ach, das war das Teil. Ach nein, das ist richtig mies. Und, ich bin... 6er, lol! Ich hab noch 2 überholt. Aber das mit dem... Das mit dem F5-Modus ist super mies. Dass der die ganze Zeit gewechselt hat. So, warten wir jetzt noch kurz. Bis das Rennen zu Ende ist. Gucken wir mal, wie viele Coins wir bekommen. Und aber... Schaut euch doch einfach mal... Das hier an. Das sieht einfach so genial aus. Und die haben auch noch den Ton gemacht. 30 Seconds Left und alles mögliche. Wir haben... 122 Coins bekommen. Nice! Ist doch ganz nice. Auf jeden Fall, das Game macht mega Spaß. Auch wenn ich noch nichts check von dem Spiel. Aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut morgen wieder vorbei. Dann gibt es wieder ein Minigame in Minecraft. Und dann würde ich sagen, tschüss!